Ameta Rasu Ritual Schönheitsbad Für dieses Ritual brauchst du nur einen Spiegel und die Bereitschaft, deine Schönheit zu sehen. Finde die Zeit und einen Platz, wo du nicht gestört wirst. Setze oder lege dich mit gerader Wirbelsäule bequem hin. Du kannst dich ausziehen oder deine Kleider anbehalten. Wenn du soweit bist, atme tief ein und lasse beim Ausatmen alles los. Dann nimm vier weitere Atemzüge, bei denen du dich auf den Rhythmus deines Atems konzentrierst. Wenn du dich während des Rituals unbehaglich fühlst oder Angst davor hast, den Anweisungen der Meditation zu folgen, Atme einfach tief ein und spüre diesen Gefühlen nach. Während du tief atmest und langsam in deinem Rhythmus weitermachst. Wenn du soweit bist und dich entspannt fühlst, nimm den Spiegel, betrachte dein Gesicht, betrachte es einfach, wenn Urteile oder Kritik hochkommen. Nimm sie zur Kenntnis und lasse sie dann gehen. Konzentriere dich auf das einzigartige Wesen, das du selbst bist und das du jetzt im Spiegel siehst. Schaue dein Gesicht an und spüre Mitgefühl, Zärtlichkeit, Anerkennung und Liebe. Als nächstes schaust du in deine Augen und sagst dir, Meine Augen sind wunderschön. Schaue deine Nase an und sage dir, Meine Nase ist wunderschön. Dann gehe weiter zu deiner Stirn, deinen Wangen, deinem Mund, deinen Lippen, Deinen Zähnen, deinen Ohren, deine Haut, deine Schädelform, Wenn du dich an der Schönheit deines Gesichtes lange genug erfreut hast, geh weiter zu deinem Körper, würdige ihn in seine Einzigartigkeit, Atme tief ein und schaue in den Spiegel, sage zu dir, sage zu dir, ich, deinen Namen, bin schön, sage es immer wieder und sonne dich in der Würdigung deiner einzigartigen Schönheit, mache dies solange bis du wirklich ein Prickeln von Dankbarkeit und Freude spürst, mache weiter, solange du Lust hast und bist du ganz von deiner Schönheit erfüllt bist. Wenn du so weit bist, atme tief ein und atme auf den Ton, langsam aus, nimm noch einen tiefen Atemzug und bringe deine Aufmerksamkeit in die Gegenwart zurück. Willkommen.